Das Selbst als reiner Beobachter Kommentar zum 99. Vers von Viveka Chudamani Shankara schreibt Während der Verstand, Bodhi, in verschiedenen Rollen, wie zum Beispiel in der Rolle des Handelnden, erscheint, ruht Atman, das höchste Selbst, in sich selbst. Atman, der reine Beobachter und unbeteiligte Zuschauer, bleibt von Bodhi und ihren Handlungen, die durch die Begrenzungen entstanden sind, vollkommen unberührt. Hier beschreibt er also das höchste Selbst. Das höchste Selbst ist Paramatma, das höchste Selbst. Das höchste Selbst mag beschränkt erscheinen als Bodhi, aber es ist trotzdem nur der Zeuge, Sakshi, von allem. Es wird nicht befleckt, auch nicht im geringsten Maße, durch den Verstand und seine Handlungen. Das höchste Selbst ist frei, Asanga. Und es ist auch durch die Handlungen, durch Karma, nicht befleckt. Es ist befreit von den Begrenzungen aller ausgeführten Handlungen. Das ist ein wunderschöner Vers. Bodhi, der Verstand, ist da und denkt und überlegt und entscheidet. Und es gibt natürlich dann auch noch Mannas, das alles mit Emotionen und Worten und Bildern usw. verbunden ist. Du selbst bist selbst. Halte einen Moment inne. Eventuell beobachte die Wahrnehmungen, eventuell beobachte die Gedanken und Gefühle. Aber sei dir bewusst, ich bin das Selbst, ich bin das Gewahrsein. Alles andere kommt und geht, aber ich als Bewusstsein bleibe. wiederum. Bis zum nächsten Mal.